Herr Froni, heute geben wir mit den Loverschuhen Maddox GTX Low mal so richtig Gas. Ich muss sagen, schön leicht sind sie schon mal. Und ich freue mich jetzt schon darauf, dass wir uns heute mehr auf Speed als auf den Weg konzentrieren können. Ja, dann würde ich sagen, legen wir los. Kann sein und legen wir los. Bis zum nächsten Mal. Ja, Andreas, heute waren wir definitiv flott unterwegs und meine Füße fühlen sich echt gut an. Ich finde, der Schuh ist total bequem, optisch wirklich gelungen und ich würde ihn definitiv auch zum Stadtbummel anziehen. Genau. Und deswegen unser Fazit. Ein klares Muss für alle, die schneller unterwegs sein wollen, sei es beim Speedhiking oder Nordic Walking und dabei viel Wert auf Komfort und Optik legen. Ja, das war's für heute. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.